Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu CineManuel aus Liebe zum Film. Ja auf meinem Kanal ist diese Woche Terminator Woche und weiter geht es mit Tag 3 und T2 und zwar aus der Mondo X exklusiven Reihe hier das Best Buy exklusive Steelbook. Es gibt da zwei Varianten, ich habe die einfache Variante, es gibt noch eine limitierte Variante mit grünen Cover vorne drauf und zwar ist das Stück dann limitiert auf 1997 Exemplare. Das Ganze kommt mit einem transparenten Schuber daher, wie man hier sehen kann und dann hätten wir hier auch schon das Steelbook, das Frontcover sehr gut gelungen. Ich mag ja die Mondo X Reihe sehr, habe da alle Teile bis auf Highlander, aber den werde ich mir auch noch holen. Leider ist das Backartwork hier also wirklich minimalistisch ausgefallen, kann man also getrost vernachlässigen, aber mit dem transparenten Schuber, wo die Credits drauf sind und auch noch ein paar Bilder, sieht das Ganze dann natürlich besser aus. Ja dann kommen wir auch schon zum Innendruck. Hier hätten wir links noch ein kleines Postkartenmotiv mit dem Digital Copy Code drauf und rechts die Disc und hier der Innendruck. Das war es von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal und Servus!